Ah, fantastisch. Es ist wieder Werbetag. Wer freut sich mehr über Werbung als ich? Jeder andere wahrscheinlich auch. Aber dann gucken wir doch mal, was wir da zu finden. Was mir gleich ins Auge sticht, ist, dass Pepsi und natürlich noch andere Sorten für 49 Cent da sind. Das nehmen wir doch mal direkt mit. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. So, was haben wir? Champignons, ja. Wollte ich letztes Mal schon mitnehmen. Hab ich dann wieder. Hab ich mich angemalt, du Figur. Hör auf hier rum zu grunzen. Versuch mich zu konzentrieren, du Schwein. Ja, jetzt, da, 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 da. Mensch, Hund. Ja, da ist nicht so schöne Sachen bei dir, wo immer. Kommen wir mal zu dem Fleisch. Was haben wir denn da ein schönes Rindfleisch-Paket? Wenn man in den Schimmel guckt, ne, mit dem leckeren Fleisch-Paket, das Fleisch. Arsch. Das sieht immer so schön aus. Und wenn du in den Laden kommst, sieht es so aus. Vergewaltigt. Arsch. Vergewaltigt. Pumbusfilet wird mir immer zu lederisch. Ich weiß nicht, ich mach's anscheinend irgendwie immer falsch. Ich weiß nicht. So ein Krustenbraten. Ist doch Krustenbraten. Krustenbraten. Ja, Spatenverkehr. Leck mich am Arsch. Ist egal. Ist nix für mich. Hab Braten aus der Dose. Ich bin ja nicht behindert. Schmalz. Ja, hier kann ich mir an Eier rein. Musik 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 Auch Musik Musik wenig M Davie ich vermisse nur die hellen wo erdbeer und global ist die sachen sind im angebot die kann man immer mitnehmen fisch geht immer baby will hat sich jetzt erst ach guck mal eine forelle supi die sind vor allem entgrätet ja ganz oft dass er da trotzdem noch ganz schön reden und das ist gefickt gefickt ist das meine fresse der falle die klöten aus dem arsch raus wir werden mir auch ausfällt ist das freitag haben unglaublich kurze urinpause fand das jeder penny hilft das glaube ich nicht eure pseudo freundliche und wie nennt man es am besten aber pseudo ökoscheiß und ich kann nicht hören da könnt ihr eurem arsch von fortsatze ja natur biogurken 80 cent für eine gurke die in plastik verpackt ist das ist nicht bio das ist abartig dabei in den neuen foto artikeln die mich sowieso einen scheiß interessieren oh und hier haben wir schon wintergenuss leute haben wir weihnachten oder wird ich hier los ihr fotzen ist das denn von einem spritzkram du da wurde ich sofort meine lügel raus und was ich vergessen rosenkohl apfel rotkohl aber nicht dazu sie kriege junger noch gut hier hat man nur mit junger ente junges gemüse hafermast ganze zu drei also jetzt mal ganz im ernst dafür ist es aber jetzt wirklich doch zu früh am anfang november da muss man mir jetzt nicht den mundfaserlich machen ja genau wie das hier man denkt so ja schön gourmet ente schweller 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 ja da hast du aber ein problem mit gourmet ente weil das ist sogar so ein kleiner so ein kleiner fitzel ist hat in der packung ist also das ist gelogen also du hast ja schon die packung mehr oder weniger voll aber nachher ist ohne witz hast du so einen kleinen fitzel ente im ofen liegen ich habe nicht mal geholt also kannst du mir ja da kannst du dir quer schieben da kannst du den tonnern naja ja ja smarties mini und ich schon gekauft haben die hatten ohne witz sie haben keine smarties mini da die aschlich hallo ich mache die fähig cheddar für den städter ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu zu gelb also cheddar ist für mich ein bisschen dunkler eigentlich aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert wer so durchgucken zehnfach punkte für ihre wix creme danke verzichte frühstückskuchen ja genau wenn ich morgens kuchen ist du kannst mir auch ganz verbunden ist es knorre knorre meister mehr meister ich kriege die seite werden immer wenn ich ein filigranes mache kriechen anfang so jetzt wird spannend man aber für den schritt scheiße kippkett der pinke das ist da mit ruby kakaobohnen sehr ekelhaft gesalzene chips in zudem habe ich alles noch hier glühwein trinken nicht das so war schon rot war ein gemischt da war ekelhaft seife erwischt sie uns die tage noch um wir haben auf uns da guck mal der ist ja da im angebot und hin gedrucken und die lecker hähnchen schenkel lecker lecker die bestehen nur aus fett und knochen die hände diese kommen da haben wir doch schnell abgefrühstückt hier die wix noch mal wie spät haben wir hier sechs minuten ein ja 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 jetzt haben wir angemalt ach mensch wie hieß der typ noch karlpenis ach ja genau in diesem sinne wir haben mich ja kurz an wieder fertig und ja das eigentliche problem ist wir haben wieder keine rewe rewe und aldi fehlt wieder wieso weiß ich nicht ist eigentlich mal drin non food artikel ist auch ja toll körper ja ich habe mich auch feuerlisch habe ich alles kinder um die fengestauten autos eine fengestauten autos wenn er nicht nur noch mehr wie schmuck und so und meda von der menschen eigentliche wix geräte wolle brauchen wir nicht wenn jeweils hast du okay gewesen würde ich bin raus gekommen ich am marsch lenken und schönes wochenende ich habe abgeschwitzt